Moin Moinitio, herzlich willkommen zu einer neuen Donnerstags Opening Challenge, heute zum Display Starpack Reigns. Zusammen wieder mit Sören werden wir mal schauen, was wir so daraus ziehen werden. Wir haben am vergangenen Montag bereits das Display aufgemacht, ein Set, was viele Spieler belächeln, wie sonst auch immer, Starpacks. Aber bei dir, ich weiß nicht was los ist, aber du hast mich mehrmals angeschrieben und darum gebettelt, wo bleibt das Starpack? Und da hast mich jemand gefragt, wo das Starpack bleibt. Freust du dich da drauf? Ja, also auf das Set eigentlich nicht wirklich, aber ich war dann doch enttäuscht, dass es Verspätung hatte. Weil bei so einem schlechten Set ist es halt nochmal lustiger, so eine Opening Challenge zu machen. Ich glaube, ich habe da wurde einfach das Opening Herz gebrochen, du wolltest einfach das Opening machen und dann ist es eine Woche später. Das Bedürfnis war da, aber es konnte nicht gedeckt werden. Ja, das können wir jetzt diese Woche machen und wir werden diesmal nicht so viele Worte mehr darüber verlieren, weil wir haben es ja schon aufgemacht und es sind ja auch 50 Packs. Ja, da muss man erstmal durchkommen, ne? Ja, ähm, genau, wir werden wieder die gleichen Karten rauslegen wie im letztes Mal und dann schauen wir mal, vielleicht ziehen wir mal zwei Dekotalkers oder so, das wäre mal cool. Ja, ist Dekotalker jetzt so wie ein Secret Rare, kriegt man die einmal aus so einem Display oder wie ist das? Ja, so ungefähr ist der Schnitt, weil er halt nur in einer Rarity ist, das heißt man kann ihn gar nicht als Common kriegen, wenn er noch seltener als in anderen. Ja, okay. Link Neustart, Altergeist Tarnung, Stapel Wiederbeleber. Und heute sogar mit Fokus, mit Autofokus, weil ich diesmal daran gedacht habe. Zwillingsdreieckdrache, Cybersfunkfeuer und Kondensatorpirscher. Das ist ja auch einmal ein bisschen sortieren, Starfall und kaum ein Trennen, das ist Funkvoll. Das ist ja eine Holo. So, das fühlt sich eher an wie so ein UTS-Pack, gleich ist da eine Ulti drin, geil, Knackdrache, Goki, Drehcobra und Trickster-Lichtbühne. Sehr schön, sehr gut. Das ist die erste Karte, die ich hinlegen darf. Ja, die ist sehr gut. Hast du auch ein Deck, das du gerne spielst? Ja, das stimmt. Hast du schon öfters mein... Oh Gott, wie habe ich den denn aufgemacht? Das habe ich den zerstört. Ich muss sagen, von den Karten, die halt solche Effekte haben, finde ich die Mosaic Rares am besten. Mosaic Rares, das war... Die mit den Kästen so, ne? Das ist... Ein feineres Muster vom... Das ist Shatterfall. Ah, das ist Shatterfall. Das ist das dritte. Mosaic Rares, das, was Battlepack 2 war, was wir aufgemacht haben hier auf dem Channel mit dem Sliver, den du gezogen hast. Welches Muster hat er denn Mosaic Rares? Mosaic Rares, müsste ich mal nachher, gleich mal nach dem Opening nochmal ranholen, aber das ist ein etwas anderes Muster. Genau, ich meine Shatterfall, genau. Ja, genau. Das ist das, was DT ähnlich ist. Genau. Goki Risskorpio, Link Schlechter und Goki Donner Ogre. Dem Dual Terminal ähnlich sieht es. Ja, das hat er ja auch einmal das Starpack, was halt eigentlich für Starfall steht, war einmal halt Arc 5, wo sie halt tatsächlich mal Shatterfall benutzt haben, warum auch immer. Ja gut, also... Shatterpack. Ich glaube, Starpack klingt einfach besser und deswegen verkauft es sich... Naja, so wie es sich eben verkauft. Alter Geist, Kuntige, Goki Donner Ogre und Bitron. Vorlesen! Achso, achso, das ist ein normales Muster. Entschuldigung, Grulingsverpackung ignoriert. Eine neue Spezies, die im elektronischen Raum gefunden wurde. Sie ist noch weitestgehend unerforscht. Das hast du besser gekriegt, das habe ich bei meinem Original-Take achtmal vorlesen müssen und ich musste es rauscutten. Die ersten sieben Takes. Ich habe so verkackt, die Vorlesung. Victor, sowas kattet man doch nicht raus, dazu steht man. Was war dieser Text, die ich richtig vorgelegt habe? Ja, das war schon peinlich. Alter Geist, Tarnung. Alter Geist, Marionetta, sehr schön, sehr gut. Und Draconetz? Oh, Draconetz, sehr gute Denglion-Kombo-Karte. Echt? Ja. Okay. The more you know. The less Denglions you have due to the band is... Trickstar, Lilien-Glocke. Draconetz. Fair, fair, ne? Und vorhergewängnis, beste Karte auf der Sneak, äh, nicht. War das Extreme Force, oder? Weil ich habe dir in der Sneak ja nicht wirklich teilgenommen. Äh, ja. Das war für die Karte, die sagt, nur Link-Monster können angreifen. Ah, okay. Sicherungssekretärin, Trickstar, Lilien-Glocke und Altergeist-Protokoll. Hat er echt Angst, die Karten kaputt zu machen beim Öffnungs-Karten. Oder drei Trickstar geht auch theoretisch, aber das ist eher schwieriger, glaube ich, weil mehr Gokis hier drin sind. Gokie, der große Ogre, Altergeist-Tarnung und Trickstar-Likoris. Sehr schön. Aber trotzdem nicht rausgelegt zu werden. Der Dreh war ja super rare genug. Drei Link-Monster wäre schön. Am besten mit einem Dakota-Dalker. Und für Wyvern, Trickstar-Likoris und Altergeist-Marionette in Starfall. Das heißt, sie ist natürlich hochwertiger als seine Kommen. Das stimmt, also ein leichter Edge kriegt dann die Starfall. Knackdrache, Dunkler Engel und Pulsminen. Decoder-Toker. Immer schön nach dem Mikrofon sagen. Das hört sich immer gut an. Wenn du das sagst, dann lebt ihr ganze Subwoofer. Genau, weil unsere Zuschauer ja auch so viele Subwoofer haben, oder? Habt ihr? Schreibt in die Kommentare. Altergeist-Protokoll, Luftknackender Sturm und Dracon-Netz. Dracon-Netz. Dracon-Netz, ne? Irgendwie so. Dracon oder Dracon-Netz. Heißt der im Englischen eigentlich Dracon-Netz? Der ist Dracon-Netz. Haben die dann ein Ende und bei uns dann zwei? Warum? Ich weiß es nicht. Das ist merkwürdig. Wie spricht man den aus? Dreischläge-Barriere, Zwillings-Dreieck-Drache und Bergungsagent-Fache. Oh, die beste Ultra aus Code of the Duel ist. Das war richtig saft, als wir den gezogen haben. Even more worthless now. Stapel-Wiederbeleber. Schicks, da kann die, da darf ich die rauslegen? Cool. Zwillings-Dreiecks-Drache. Zwillings-Dreieck-Drache. Ja. Okay, okay, okay. Cool. Soll ich einfach die ganze Zeit vor? Vielleicht sollte ich auch jetzt einfach Nein sagen, auch wenn er Kartenzieht schon vorne liegt. Ich trenne das jetzt hier mal nach Starfall und nicht Starfall. Backlinker? Drakon? Drakon-Netz? Drakon-Netz. Luftknackender Sturm. Hat das irgendwas mit Kondensatoren zu tun, dass das Drakon da drin ist oder so? Ach, ich weiß es nicht. Link Bumper, Altergeist Silk Vitea, Trickster Lycress. Ja, cool. Ich finde, von der Seite sehen diese Starfalls immer so aus, als wäre der irgendwie schmutz auf der Karte. Nein, nein, nein. Die haben halt so Starfalls, wenn man den Starfall-Effekt weglassen würde, würden sie so aussehen wie OCG-Karten, weil die sehen so aus, als ob die so hochglanz sind. Ja, das stimmt. Die haben diese Hochglanz-Politur, das haben alle OCG-Karten. Hier im Licht könnt ihr das ein bisschen sehen. Ach, das meinst du? Ja, genau, es sieht aus, als wäre es dreckig. Ich möchte es auch machen. Sören, wo na? In Unisono? Sneefing-Drakon! Luftknackender Sturm und Bitron, haben wir schon vorgelesen. Das freut mich sehr, dass die Karte da drin ist. Ja, das ist der Gag, das ist immer der Gag. Einer hat im letzten Video auch darunter geschrieben, komplett so Sneefing-Drakon als Kommentaren-Caps. Hockwurm. Wackelklau. So ein Sicherheitsblock. Ich wurde übrigens darauf hingewiesen, dass der Hackwurm nicht Hackwurm ist, sondern der Hackwurm, weil es vom Hacken kommt. Macht irgendwie Sinn, ne? Ja, stimmt, aber es wird gleich geschrieben, oder? Ja, deswegen, also können wir uns nicht einfach Deutsch aussprechen, Deutsch. Ne, also, das stimmt. Also wir hätten das Hackwurm aussprechen sollen, aber wenn wir wieder ein deutsches Opening machen, dann wäre Hackwurm korrekt. Dann wäre es auch der Garte-Wei-Drache. Dunkler Engel und Linkgurt-Wandstrache. Ich glaube, es ist mal wieder Zeit für ein deutsches Opening. Ich habe da so ein Gefühl. Willst du das vielleicht mal machen? Honeybird? Ja, ich glaube, ich würde die Challenge annehmen. Alter Geist Ubanschi, Bergungsagent-Fahrer. Challenge accepted, das machen wir mal. Das nächste Random Pack Opening machst du dann mal Solo. Single. Und dann komplett auf Deutsch. So, ähm, Alter Geist Protokoll. Alter Geist Marionetta, sehr schön. Und Sicherungssekretärin. Ich so sehr, so haben wir sie in Common halt. Playset. Ja, ist ja okay. Ähm. Soll mich nicht stören. Dot, Scaper, Dual Assemble, Gewürm und Goki, der große Ogre. Kann man auch so sagen, wo man Starfall, wo man awesome zieht. Ogre, Aksu. Oksessu. Oksessu. Kondensator Pirscher, Goki Riscorpio und Goki Donnerogar. Fast. Fast. Die heilige Drei Gokigkeit. Und alle, die den Brains Anime auch verfolgen, werden vielleicht ein bisschen verstehen, woher diese behinderten Kommentare kommen, die wir zu, die ich hier einwerfen. Ja. Ähm, Alter Geist, Zirk, Viter, Link, Neustart und Vitron. Ähm. Feiergefängnis, Link Bumper, Dekodo Toca. Ja, Link Marcos Settinger. In Starfall Rare, genau. Die gibt's nur in Starfall, hab ich beim letzten Video nicht angemerkt. Ist wichtig zu wissen. Gateway Drache, Trickster Lycoris und... Ja, natürlich. Ja. Hast du parallel zu mir die aufgemacht? Sind die an derselben Stelle einfach? Gefühlt kam mir so voll, als ob es am letzten Mal auch an der ähnlichen Stelle war. Wieder, schon wieder so eine Verschwörungstheorie. It seems fair, right? No. Ähm, okay. Ja, ich glaub, du musst noch ein bisschen was nachlegen, ne? Äh, ja, vielleicht soll ich mal auch umdrehen, was meine Starfalls vorne sind. Das sind die Starfalls, das sind die. Das sind die. Kommons. Kommons. Äh, ja genau, deswegen ist der Dekodiersprech auch die seltenste Karte, weil man nur in Starfall ziehen kann und in Starfall sind alle Karten auch nochmal drin und halt immer ist nur eine davon, ist ein bisschen schwieriger, als wenn denn beide wären. Trickster Narkisse, Gateway Drache und... Sneeffing Dragon. Ah, ich liebe es. Ich auch. Vor allem, er kann es nicht, er muss es vier bis fünfmal sagen wegen seinem Effekt. Er kann nicht anfangen. Ja. Das ist so gut. Persönliches Smoofing. Luftknacken. Einmal tief durchatmen, dann können wir weitermachen. Luftknacken der Sturm und Sicherungssekretärin. Was hältst du eigentlich so von dem Cybers-Thematik eigentlich? Denkst du, das hat ein Potenzial in Zukunft? Weil da gibt es ja so einige gute Karten wie Dotscraper zum Beispiel, die wir bisher noch gar nicht gezogen haben. Ja, das ist halt so ein Anime-Thema mit den Cybers-Montern, hauptsächlich halt auch wegen dem neuen Typ. Ich fände es cool, wenn die spielbarer wären. Ja, alter Geist-Kontige, Cybers-Funkfeuer und Cookie-Suprex. Weil es gibt halt ein paar gute Karten, wie zum Beispiel halt der Dotscraper, den kann man halt auch in anderen Decks benutzen, wie Lightzone oder so, weil er halt auf Billing und alles reagiert. Da gibt es viel Potenzial. Genau. Trickster-Candida, Stapel-Wiederbeleber und alter Geist-Domanschi. War das auch eine Karte zum rauslegen? Oder welche war das? Das war eine andere. Das ist die Marionette. Ah, Marionette, genau. Das war die einzige gute Alter-Domanschi-Karte. Die Melusuche haben sie ja sich ausgelassen. Man will ja das Set nicht gut machen. Cookie-Suprex, Konditator-Pirscher und alter Geist-Tarnung. Ja, das stimmt. Man will das Set nicht gut machen. Es gibt ja auch echt ein paar gute... Es gibt auch sehr viele Link-Monster. Genau, ein paar Cybers-Only-Link-Monster. Ja. Genau. Pulsminen, alter Geist-Domanschi. Boah, Alter, der haut hier rein. Ja, das ist eine Kammung. Gucki-Suprex. Okay, bisher sieht das für mich nach einer vernichtenden Niederlage aus. Ja gut, aber wir haben da noch nicht mal die Hälfte. Ja, aber vor allem bin das nicht mehr die Hälfte. Was kommt da noch alles bei dir? Dann bin ich weg. Alter Geist-Darnung, alter Geist-Obanschi und Cybers-Zauberer. Der hatte viel Action-Anime gehabt. Der hat ein paar richtig coole Momente gehabt. Am besten war das eine Duell, wo beide gebrickt haben die ganze Zeit. Da ist er, Dotscaper endlich mal. Dotscaper, Wackel-Clown. Und persönliches Spoofing. Und trotzdem nicht worth it rausgelegt zu werden, weil es Structure-Deck hatte. So schade. Ja gut, aber es gibt ja auch gute Structure-Deck-Karten, ne? Ja. Barrier. Ja, Gucki-Ris... Ja, aber das ist halt so... Genügt. Gucki-Ris-Korpio. Gateway-Drache. Drei Schläge-Barriere. Das ist auch eine Barrier. It's not the true one. Alter Geist-Kuntige. Alter Geist-Silk-Quitea und Cybers-Zauberer. Aber gefühlt, wir haben jetzt schon so, ja, ein halbes, fast ein ganzes Display zusammen aufgemacht und wir haben nur zweimal Sniffing-Dragon gehabt. Das ist ein bisschen wenig. Trickster-Lichtbühne. Ja. Sharprand. Sehr schön. Link-Bumper und defekter Compiler. Schwupps. Cybers-Zauberer. Trickster, Linien-Glocke und Eitergeist-Protokoll. Backlinker, Cybers-Zauberer und Zwillings-Dreieck-Drache. Man will unbedingt Zwillings-Dreieck-Drache. Was will man sagen? Das ist Zwillings-Dreieck-Drache. Ja. War auf jeden Fall falsch vorgelesen. Alter Geist-Protokoll, Cybers-Funkfeuer und defekter Compiler. Link-Neustart, Alter Geist-Kuntige und Gucki-Ris-Korpio. Risk und Korpio zusammen. Risky. Dual- oder Dual-Assemble-Gewürm. Gucki-Riskorpio und Puls-Nein. Ein paar Zungen-Becher sind dabei. Der gute alte Wack-Eich-Lauen. Bitron und Link-Gurt-Wand-Drache. Honey-Bot, Link-Gurt-Wand-Drache und Gucki-Riskorpio. Das ist der erste Honey-Bot? Ich habe so viele gar nicht davon gesehen. Nein, im ersten Pack war einer drin. Gucki-Donner-Oga, Gucki-Revanche-Kampf, Sicherungs-Sicherheit. Das sind immer so die ersten Karten, die vergisst man halt schnell. Eine der ersten Karten. Vergisst man halt immer schnell. Es sind immer so Decoder-Dokers, Decoder-Dokers. Link-Schlechter, Trickster, Linien-Glocke und Cybers-Funkfeuer. Link-Slayer. Link-Slayer. Aber ich hoffe, also... Habe ich schon einen sniffigen Dragon gehabt? Ich glaube, du hattest einen oder nicht? Ich hatte einen, oder? Gucki-Suprex, Dunkler-Engel und Sicherheits-Block. Oder hatte ich beide? Hatte ich beide? Das kann sein. Oh, wow. Ich muss gleich nochmal durchgucken. Dann habe ich bald mein Placer, dann kann ich das Deck spielen. Zwilling-Dreieck-Drache. Welches Deck? Sniffing-Dragon-Deck. Sniffing-Dragon-Turbopuls-Bienen und... Okay, Sicherungs-Sicherheit. Hey, das war ein S. Ja. Es hätte sich Sniffing-Dragon sein können. In Starfall. Sniffing-Dragon. Alter Geist-Protokoll. Luftknackender Sturm und Gucki-Dreh-Cobra. Also, du hast jetzt... Also, weil Sniffing-Dragon liegtst du auf jeden Fall vorne. Ich hätte meine sonst rausgelegt jetzt. Das wird jetzt die inoffizielle B-Wertung. Ja. Knack-Drache, Backlinker und Link-Gut-Wand-Wand-Drache. Ich muss mal gucken. Der andere ist, glaube ich, Starfall sogar. Das wäre ganz schön gut. Entführweibern, Defekter-Compiler und Feuergefängnis. Starfall auch noch. Jetzt muss ich kurz gucken. Jopp. Ich liege eindeutig hinten Trickster-Lichtbühne. What the fuck? Drachonid-Generator und Gucki-Dreh-Cobra. Ich fühle dich jetzt schon besser gezogen, als ich mit meinem ganzen Display am Montag. Also, nicht nur Gefühl, aber... Ja, es ist eigentlich besser. Wow. Das ist Blödsinn. Link-Bumper, Altergeister-Lichtbühne und Link-Schlechter. Du liegst zwei Sniffing-Biragons vorne. Das stimmt. Shortprint. Du musst ja ein bisschen was dagegen halten. So ein, zwei Sniffing-Dragons können da schon aushelfen. Die sniffen die weg. Das Problem ist, du kannst nicht spielen, solange du ein Zweier hast. Du brauchst ja drei. Link-Schlechter, Kondensator-Pirscher und Altergeister-Banshee. Damit du volle, maximale Kraft hast. Ja, okay. Das ist der maximale Search-Tragity. Aber mit einem geht gar nicht. Das ist so wie mit... Mit vielen Karten, wie Wavering-Eis oder so. Such sie selbst. Ach nee, geht ja nicht. Ja. Puls-Mean, Link-Gurt-Wand-Drache und Link-Schlechter. Oder weißt du noch, wie damals, wo man 2014 sich noch drüber aufgeregt hat, die Hände auf eins zu setzen? Weil dann du immer nur eine andere Hand rausholen kannst? Das wäre richtig eklig. Heutzutage sieht sich keiner mehr bei Eis und Feuerhands. Ja. Trickster-Lichtbühne. Sehr schön. Honey-Bot und Entführ-Wai-Wand. Das war aber auch ein besonderes Format, weil es war besonders langsam. Ja. Und da waren die halt gut. Kondensator-Pirscher, Trickster-Nackt-Kisse und Honey-Bot als... Jetzt fliegen die Honey-Bots. Bisher hatten wir noch kein Pack, wo mal wirklich mal so zwei gute Karten drin sind. So gleich zwei davon. Das wäre halt richtig nice. Trickster-Nackt-Kisse, Trickster-Kandida. Das ist, glaube ich, mein Erste. Und Goki, der große Ogre. Langsam wird es hier voll. Slipping-Dragon. Ich gehe mal ein bisschen nach oben. So. Altergeist-Tarnung, Altergeist-Kontige und Entführ-Wai-Wand. Linke Seite. Gott. Diese Packs sind so dünn, ich habe so viel Angst, dass ich die Ulti zerknicken könnte. Altergeist-Ubanschi, Link-Hut-Wand-Drache und Knack-Drache. Wohl, weil Knack-Drache ist auch relativ witzig, wie es ausspricht. Aber die spielt er jetzt ja nicht mehr. Stimmt, was war das überhaupt noch mal? Ein Knocking-Dragon. Ach ja. Gateway-Drache, Kondensator-Pirscher und Altergeist-Tarnung. Hat der den überhaupt gespielt? Oder nur beim ersten Mal, weil eigentlich haben das doch seine ganzen Hench-Mans gespielt. Die ganzen 50-Sams-Pirscher. Ganz am Anfang meine ich, dass er ihn auch gespielt hat. Back-Linker, Guki-Dreko-Braun, Drei-Schläge-Buddle. Ich kann mich an seine doch sehr einprägsame Stimme erinnern, wie er das ausgesprochen hat. Ist er ein Sniffer-Sniffer. Ich kann es gar nicht normal aussprechen. Ist halt der Nachfolger davon. Feuergefängnis. Yes! Sniffing-Dragon. Guckt natürlich auch hier hin. Und Knack-Drache gleich dazu noch. Und Knack-Drache, ja. Volle Kombo. Wunderbar. Natürlich, jetzt kriegt er auch noch Schlusspunkte in der B-Note, damit er mich vollkommen komplett zerstört. In der A- und B-Note. Alter, Geist ist Liquidär, Link-Neustadt und Link-Schlecht. Also meine Star-Foils sind absolut Crap. Außer Sniffing-Dragon. In allen. Der ist Abfall. Da ist gut. In allen Wertungen geschlagen. Gucki-Riscopio, Back-Linker und Drei-Schläge-Barriere. Gucki-Suprex, Link-Schlechter und Gucki-Revanche-Kampf. Ganz schön schlecht, dieser Schlechter. Alter Geist, Ovald, G-Dragonit, Generator und Link-Schlechter. Feuergefängnis, persönliche Spoofing und der gute alte Röppelcheon. Ich weiß gar nicht, was du in dem findest. Der Name ist toll. Cybers, Zauberer, Bitron, eine neue Spielzeuge. Ach, hier hatten wir schon. Pulsminen. Jetzt gibt es, glaube ich, das einzige Vanilla, glaube ich, drin. Ich wollte gerade fragen, was ist eigentlich die zweite Normale? Gibt es eine zweite? Du hast doch schon aufgemacht, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es kann sein, dass es das einzige ist. Ich glaube, das ist das einzige. Ich meine, es gibt halt ein Vanilla. Ich glaube, ich glaube, es gibt keine zwei. Das wäre halt geil. Gucki-Drehcobra für Wyvern und persönliche Spoofing. Oder es ist Bitron und Digitron und wir verpassen die ganze Zeit den Digitron. Das glaube ich nicht. Boah, ich fände es auch mal cool, wenn es wirklich so ein reines... Ich habe keinen Vanilla gezogen. ...wenn es so ein reines OCG-Vanilla-Set mal geben würde. Wo wir wirklich pausenlos vorlesen können. Link-Gut-Wand-Rache, persönliche Spoofing und Gateway-Wasser. Ja, eigentlich müssen wir nur LOB aufmachen, das reicht ja schon. Also da gibt es so viel. Oder halt wirklich OCG-Booster. Eins oder wie die hießen. Ich habe keine Ahnung, wie die ganzen Booster hießen damals. Schon lange her, dass wir die Retro-Duell-Serie gemacht haben. Luftknackender Sturm, Drachonoid-Generator und Gateway-Drache ist weggeworfen. Wenn du mir so nah auf die Pelle rückst, dann schiebe ich deine Star-Falls aus dem Bild. Gucki-Suprex, Enfier-Wyvern und Link-Gut-Wand-Wasser. So, oh Gott, was war einfach so rissen. Heckwurm, Bergungsagent-Fahrer und Luftknackender Sturm. Cybers-Funkfeuer, Link-Bumper und Trickster-Candida in Star-Fall. Wusstest du, dass Link-Bumper auf Portugiesisch auch Link-Bumper geschrieben wird? Nein, wusste ich nicht. Müsstest du mir Portugiesische Packs holen? Also, so viel Insider-Wissen habe ich nicht. Pulsminen. Alter Geist-Marionetta. Oh ja, endlich mal zwei gute Karten in einem. Damit kann ich einen holen. Ist die Star-Fall? Ja, sie ist Star-Fall. Ja, die zweite gute Star-Fall. Jetzt mittlerweile hole ich die hier an die Comments ein. Nope. Nö, 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 ich bin viel besser. Was ist das? Achso. Das ist die Fink-Dragons. Das sah so aus wie eine gekippte Karte, aber egal. Defekter Compiler, Kondensator-Pfischer und Sicherheitsblock. Mal ein Pack so aufmachen, dass man heil ist. Ist immer auch ganz praktisch. Kondensator-Pfischer, Trickster-Marionetta-Kisse und alter Geist-Marionetta. Alter, sehr schön, wir holen ein. Vorsichtig. Ah, jetzt habe ich schon gemacht. Du kannst eh die Technik nicht drauf. Ja, ich glaube, du musst die erst mal skillen. Das musst du machen, dafür muss ich erst mal ein bisschen trainieren. Du brauchst auch gar nicht das Glück davon. Trickster-Lichtbühne, die zweite. Sniffing-Dragon. Der zweite und dunkle Engel. Also quasi genau so ein gutes Pack wie ich gerade. Zwei gute Monster. Jetzt ist die Frage, kriegen wir unser Playset? E-Skala, E-Skala. Cybersfunk-Feuer, alter Geist-Kontige und defekter Compiler. Trickster-Nackisse, Sicherungssekretärin und Trickster-Lichtbühne. Oh Gott. Um deine Frage zu beantworten. Ja, wir kriegen das Playset. Das ist richtig. Das ist aber sogar Starfall. Oh, dann haben wir kein Playset. Naja, 2-2, aber ich meine vom Sniffing-Dragon her. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, du ziehst von allem gleich ein Playset noch, so viel wie bei dir noch da ist. Was ist los hier? Guck dir mal die Karten an. Like, what? Stapel Wiederbeleber. In Fear-Wivern und alter Geist. Silke. Das ist die ungewöhnlichen klimatischen Bedingungen hier. Oh ja, es wird heiß. Gucki-Revanche-Kampf, Dreischläcke-Barriere und Knackdrache. Niemals das N weglassen beim Vorlesen, dann wird alles gut. Das N? Ja. Bei Knackdrache. Alter Geist, Dirk Viter, Sniffing-Dragon und Dunkler Engel. Der ist so schlecht. Der ist so schlecht. Ja, äh, Hashtag, der ist so schlecht für alle, die jetzt noch dabei sind. Backlinker. Gucki-Dreh-Cobra und alter Geist-Oberanchen. Ich weiß, der war tief. Wie kommt man denn auf sowas? Naja, beim Vorlesen, wenn man so schnell vorliest, ich glaube, wir hatten schon den Gag beim Duelist, äh, Duelist? Code of the Duelist-Opening. Ach, der ist ja einfach so rausgerutscht. Ne, wo man schnell vorliest und zu viele Karten vorm Gesicht hat, dann vergisst man vielleicht mal so den anderen Buchstaben. Duel-Assemble-Gewirm, defekter Compiler und Cybers-Funkfeuer. So, nähern uns langsam dem Ende. Feuergefängnis, Pulsminen und Gucki-Riscorpio. Das heißt, es wäre eigentlich noch Zeit für einen zweiten Lekodiersprecher auf meiner Seite. Das bei dir weiß ich sowieso nicht mehr, was anderes noch kommt. Das ist krank. Alter Geist-Protokoll, Cybers-Funkfeuer und Knackdrache. Oder zumindest... Das sind sechs, das sind neun und du hast... Play-Sets. Du hast schon zehn. Dunkle Engel, Gucki-Suprex und Gucki-Der-Große-Oger. Also ich bin ja gar nicht so weit weg, aber ich habe einfach mehr Kommen als Star-Foils, was das angeht. Ansonsten ist das neun zu zehn gerade zu guten Karten. Knackdrache, Backlinker und Link-Neustadt. Das heißt, mein Sneakling-Dragon klärt gerade. Backlinker. 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 Alter Geist-Magnetzer. Sicherheitsblock und Backlinker. Ihr müsst jetzt auch deutsch aussprechen, Backlinker. Feuergefängnis. Honeybot. Heckwurm. Huck, Huck, Huck. Dann aber Heckwurm. Worm. Heckwurm. Worms. Worms. Link-Schlechter. Gateway-Drache und Drachoniz-Generator. Drachonoiz. Hallo, wir haben gerade kein deutsches Open-In. Das, 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 du hast das O-Generator-Ide-Ide-Ide-Ide-Ide-Ide-Ide-Ide-Ide. Drachonoiz-Soße oder Keiner-Soße. Ich brauche mal eine neue Soße. Ja, ich habe zu viel geredet heute. Ich halts Maul. Ja. Link-Ord-Wands-Drache. Sicherheitsblock. Gokiriskorpion. Dein letztes Pack. Komm, dein Playset, dein Playset. Gokidreh-Cobra. Ein Für-Waivern. Oh, Gokir-Revanche-Kampf. Okay. Letztes Pack. Mal schauen, was wir da so haben. Dotscaper. Davon haben wir echt wenig gezogen heute. Das waren nicht so viele. Draconetz und Drachonoid-Generator. Ich würde sagen, wir räumen ganz kurz auf und dann sehen wir uns zum Recap wieder. Bis gleich. Gut, dann kommen wir zum Recap. Da fliegen wir einmal über die Starfoils rüber, die nicht so geil sind. Halt. Der Rest. Die sind alle Starfoil, by the way, falls ihr es nicht seht. Starfoil confirmed. Und ich versuche, einen Winkel zu halten, in dem ihr seht, dass es auch Starfoils sind. Boah, sind das tolle Effekte. Ich sehe nur das Licht reflektiert. Ja, aber ich gucke in die Kamera rein und da sieht man, dass es Starfoils sind. Wow. Wow. Okay, gut. Dann kommen wir zu den coolen Comments, die wir gezogen haben. Bei der Trickster-Lichtbühne habe ich zwei Stück gezogen. Ich habe auch zwei Stück gezogen. Bei der Trickster-Candida habe ich eine. Ich habe eine. Oh, ich habe auch zwei. Da trumpft er mich. Bei der alte Geist-Marionette habe ich ein Playset in common. Ich habe zwei. Gut. Das ist eigentlich relativ ausgeglichen. Relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Gut, dann wollen wir die Malt aus dem Bild schieben. Dann kommen wir zu den Starfoils. Da habe ich bei der Trickster-Lichtbühne einen Starfoil. Ich habe zwei in Starfoil. Ich glaube, ich habe fast zwei Playsets. Ne, du hast zweimal zwei, genau. Genau. Dann bei der Candida habe ich eine. Da kann ich mithalten. Ich habe allgemein, glaube ich, alter Geist-Marionette habe ich eine. Habe ich auch eine. Und in der kurzen Sprache habe ich auch einmal. Habe ich auch einmal. Also ein bisschen mehr hast du dort in der Kategorie gezogen. Und dann kommen wir halt natürlich... In der Kategorie A-Note. A-Note. Jetzt kommen wir zur B-Note. Ich habe zwei Sniffing-Dragons in common. Ich habe auch zwei Sniffing-The-Dragons in common. Und ich habe noch einen in Starfoil-Rare. Ich habe keinen in Starfoil. Gut, dann müssen wir leider die Zuschauer entscheiden lassen, ob jetzt der extra Sniffing-Dragon deine Starfoils übertrücken kann. Wer ist mehr wert? Sniffing-Dragon oder? Sniffing-Dragon oder? Strichster Lichtbühne. Ihr könnt gerne oben in dem i abstimmen, wer von uns besser gezogen hat. Und vielen Dank hier nochmal von unserer Seite an Trader Online fürs Verfügung stellen des Produkts. Falls ihr Interesse daran habt, euch auch mal einen Starpack heranzuholen oder andere Produkte, dann checkt auf jeden Fall mal unseren Sponsor ab. Und ja, ich freue mich. Die nächsten Wochen wird es noch mehr Challenges geben. Nächste Woche wird es eine besondere geben am Donnerstag. Mal ohne mich. Vielleicht als Statist. Mal sehen. Mal gucken. Man weiß es nicht. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Bis dahin. Tschüss.